Herzlich Willkommen auf dem Pflichtcenter. Heute erkläre ich euch, wie man von Meter in Feet umrechnet. Die Längheit Fuß, auf Englisch Feet, beträgt 30,48 cm, das heißt ein Fuß oder ein Feet oder ein FT sind also 30,48 cm. Das heißt, wenn ihr von Fuß in Zentimeter umrechnen wollt, dann müsst ihr den Wert mit 30,48 multiplizieren. Oder auch wenn ihr von Zentimeter in Fuß umrechnet, dann müsst ihr den Zentimeterwert durch 30,48 dividieren oder einfach durch 30,5 als gerundeten Wert. Als Beispiel könnt ihr also 3 Feet haben, dann multipliziert ihr 3 mit 30,5 und habt 91,5 cm. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtcenter.